Für mehr Videos und Übungen zum Thema klicke den Beschreibungslink. Hallo, ich bin Katja und in diesem Video geht es darum, was ein genetischer Fingerabdruck ist und welche Methoden dabei Anwendung finden. Die Technik des genetischen Fingerabdrucks wurde 1984 das erste Mal von Dr. Alec Jeffreys an der Universität Leicester in England dokumentiert. Dabei wird nicht die Sequenz der DNA-Basen, sondern die Länge bestimmter DNA-Abschnitte untersucht. Der genetische Fingerabdruck wird im Englischen auch DNA-Profiling genannt, weil ein Längenprofil bestimmter DNA-Abschnitte erstellt wird. Obwohl 99,9% der menschlichen DNA-Sequenz in jedem Menschen identisch ist, reichen die restlichen 0,1% aus, um ein Individuum von einem anderen zu unterscheiden. Eine Ausnahme hierbei bilden eineiige Zwillinge. Etwa 97% der menschlichen DNA trägt keine Gene. Innerhalb dieser nicht-codierenden Bereiche oder Introns gibt es zahlreiche Abschnitte, die sich aus Wiederholungen derselben kurzen Basenfolge zusammensetzen. Diese Wiederholungssequenzen mit einer Länge der Sequenz von 2 bis 16 Basen klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.